So, endlich, Random Talk 5. Hinter mir hier seht ihr Stevie Wonder, Greatest Hits, noch eingeschweißt, original verpackt. Quasi The World of Classic Song. Es ist wirklich einfach alles drauf, man sieht es hier. Wirklich, alles. Gab es zu Weihnachten. Warum ich es noch nicht ausgepackt habe, weiß ich noch nicht. Natürlich, aber auf jeden Fall, wir machen bei uns zu Hause in der Familie tatsächlich immer so eine Art Jule Club mit Scheißgegenständen. Also es sollte ein bisschen was Tolles sein, aber halt auch nicht besonders, also keine Ahnung. Wäre ich jetzt zufällig der größte Stevie Wonder Fan gewesen, dann hätte ich ja schon alles und weiß ich auch nicht. Es steht auf jeden Fall noch hier, ich werde es mir irgendwann mal anhören, vielleicht mache ich ein Unboxing, wenn ihr es sehen wollt, mal gucken. Könnt ihr einfach in die Kommentare schauen. Tschüss.